Hi liebe Windelträger. Nach einer Pause geht es wieder weiter mit den Praxistests, heute ist eine Windel von Reaz dran. Von diesem Hersteller gab es schon einige Zeit lang keine Tests mehr, die letzte war die Alpaka im Februar. In diesem Video geht es um die Princess Pink. Das ist eher nicht so das typische Design dieses Unternehmens, aber auch nicht der erste Versuch, die Lil Bella war pink angehaucht mit Einhorn-Motiven, ich hatte sie Ende 2022 getestet. Auch die Mermaid Tales geht eher in die feminine Richtung, wenngleich sie den Fokus weniger auf pink setzt. Die Princess Pink ist eine Windel mit Folie außen. Einer Umfrage auf meinem Kanal nach mag das eine große Mehrheit von euch. Zubeklebt wird sie mit wiederverschließbaren Klebern aus Plastik. Es kommen die typischen zum Einsatz, die man von vielen ABDL-Windeln kennt, als die durchsichtigen mit dem blauen Streifen. Damit sie fixiert werden können, gibt es vorne einen Klebebereich. Die Folie fühlt sich modern aber trotzdem angenehm an. Das Platzieren ist problemlos, die Kleber lassen sich leicht lösen und halten trotzdem gut fest. Auch wenn man sie löst und neu festklebt, bleibt die Klebekraft erhalten, sofern die Oberfläche nicht durchfett oder etwas anderes verunreinigt wurde. Ansonsten ist mir auf den ersten Blick nichts weiter speziell aufgefallen, sie hat den höheren Auslaufschutz, wie man ihn von allen mitteldicken ABDL-Windeln her kennt. So ist noch etwas Platz, um die Saugleistung mit Einlagen zu verstärken, wenn es vor allem um die Flüssigkeitsaufnahme geht. Der Tragekomfort ist gut, man fühlt sich nicht so dick eingepackt wie bei anderen Windeln, aber immer noch gut. Mit größeren Mengen an Flüssigkeit kommt die Windel klar. Als sie im Sitzen mit Auslaufen anfing, brachte sie knapp 1,5 Kilogramm auf die Waage, für ABDL-Windeln ein Ergebnis am unteren Ende der Skala. Zwar nicht so schlecht wie Dry Nights und Co., aber von einem Spitzenwert weit entfernt. Wer die anderen Videos auf meinem Kanal kennt, der weiß, dass die besten Windeln die 2-Kilo-Marke knacken, ohne auszulaufen. Zu den 8500ml der Produktseite kommen wir gleich noch. Erstmal der Preis. Die Packung mit 12 Stück Inhalt kostet derzeit im günstigsten Webshop 24,90 Euro, sodass eine einzelne Windel rund 2,08 Euro kostet. Der Aufschlag zu günstigeren ABDL-Windeln wie Krinkels ist deutlich, selbst wenn mit einberechnet, dass die Princess Pink durch ihre wieder verschließbaren Kleber hochwertiger und damit leicht teurer sein darf. Die Saugleistung von 8500ml stimmt in diesem Fall offensichtlich nicht. Das Ergebnis von 1,5 Kilogramm wäre sonst im Verhältnis auffällig schlecht. Alle bisher getesteten Windeln, die in der Praxis ähnlich wenig gehalten haben, hatten einen geringeren Laborwert als 8,5 Litern in der Werbung angegeben. Der Grund liegt woanders. Der Hersteller ist dabei, ausgewählte Windeln in einer neuen Version V2 zu überarbeiten. Diese V2-Windeln haben eine höhere Saugleistung als die vorherigen. Sie sehen aber gleich aus, es ist also keine komplett neue Windel, sondern eine stärkere Version mit den gleichen Motiven. Während der Umstellung kommt es manchmal zu Chaos. Der vorher gezeigte Shop hatte das V2 nicht im Titel, aber in der Beschreibung steht schon die höhere Saugleistung. Bekommt man in diesem Falle die stärkere Version, weil es in der Beschreibung steht? Oder die ältere mit geringerer Saugleistung, weil nirgendwo V2 steht? Das ist gerade nicht immer klar. Im Zweifel sollte man nachfragen. Meine Bestellung liegt schon etwas zurück, als es diese neue Version noch gar nicht gab. Ein Blick auf die Packung stellt klar, dass ich die ältere Version mit nur 5,4 Litern theoretischer Saugleistung habe, das passt wesentlich besser zum eher unterdurchschnittlichen Testergebnis. Mein Test hier bezieht sich also nur auf die erste Version und da ist mein Fazit, eine angenehme Windel mit Folie, die sich bequem trägt. Sie ist mit 236 Gramm Leergewicht zwar relativ schwer, aber fühlt sich gar nicht so extrem dick an. Ich hatte schon andere im Test, die waren ein paar Gramm leichter und haben sich nicht nur dicker angefühlt, sondern konnten auch mehr Flüssigkeit aufnehmen. Hier haben wir also die berühmte Ausnahme von der Regel, bei der man auf das leere Gewicht nicht direkt darauf schließen kann, wie dick sie sich anfühlt. Da sie preislich kein Schnäppchen ist und auch sonst von der Funktion her nicht aus der Masse hervorsticht, würde ich die Princess Pink nur dann empfehlen, wenn einem erstens das Design wichtiger ist als die Saugleistung und zweitens man pinke oder generell femininere Designs mag. Ansonsten lohnt sie sich in meinen Augen nicht. Es gibt mehrere Windeln, die preislich in einem ähnlichen Rahmen liegen, aber dafür mehr aushalten und manche fühlen sich sogar noch etwas dicker an. Gerade wenn einem persönlich das Design weniger gefällt, sind die Alternativen interessanter, da die meisten eher auf generell kindliche Motive setzen, ohne wie hier stark auf rosa zu setzen. Ich persönlich werde sie daher nicht noch einmal kaufen, aber was denkt ihr? Schreibt es gerne in die Kommentare oder kommt in unsere WhatsApp-Gruppe, in der ihr euch mit anderen Windelträgern austauschen könnt. Wenn euch pinke Windeln interessieren, schreibt mir auch, ob ich die V2 auch mal dem Praxistest unterziehen soll, um einen Vergleich zu ziehen, ob diese neue Version die ihr unterdurchschnittliche Saugleistung deutlich verbessern kann. Falls das nichts für euch ist, findet ihr am Rand noch weitere Videos von mir, in denen ich andere Windeln mit verschiedenen Designs ausprobiert habe. Danke fürs Zuschauen, bleibt trocken! Über ein Like würde ich mich freuen.